Ich meine, es kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Scheiße schon wieder? Ist ein Moderator jetzt da? Kann man jetzt mal ein Gespräch führen oder nicht? Drache vs. Juno, Runde 1, Fight. An Scheißdreck, Runde 2, Fight, ist das schon. Ich hab langsam keinen Bock mehr. Dass immer mehr Juno aufhören zu streamen bei Aktionen, die hier abgeht, wundert mich das überhaupt nicht. Ist jetzt mein Moderator da? Krieg ich mal eine Antwort von den Moderatoren? Oder arbeitet ihr heute nur, wenn ihr Lust habt? Moderator, antworte. Nee, gleich brennt Juno, nicht die Kirche. Ist jetzt ein Moderator da, ja oder nein? Moderator, krieg den Arsch hoch und antworte. So, normalerweise kann er da, aber da ist keiner wohl nicht sein, alter. Und geht er mal, Leute, alle geht er mal bitte zu diesem mein Gesicht verwendet hier, der im Platz 2 gerade ist, hier auf der Seite, also hier im Hashtag, und meldet den alle mal bitte. Kriegt der Moderator jetzt mal einen Arsch hoch oder nichts? Moderator, ich will eine Antwort. Pass sofort. Und jetzt ist doch echt nicht wahr, alter. Und jetzt sind die ganzen Spastiker wieder da, Alter. Boah, ich werd a... Ich flipp aus. Kann bitte der Scheiß-Moderator hier mal den Scheiß-Low-Level wieder anmachen und das so einstellen, dass der in Zukunft nie wieder rausgeht? Alter, das kann echt nicht wahr sein. Man kann den immer nicht immer nicht anschalten, weil dieses Scheiß-Ding einfach nicht hinhaut. Boah, wie mir das ankotzt, Alter, ohne Scheiß. Heute ist wieder echt der verdammte Wurm drinnen, Alter. Scheiße nochmal, Alter, das kann echt nicht wahr sein. Also heute bin ich echt wieder, boah, heute bin ich wieder auf 390, Alter, ohne Scheiß. Ja, kein Bild, fick dich mit kein Bild, ich werd ja gleich kein Bild in den Arsch rammen, Alter. Hör auf, die Lügen rauszuhauen, Alter, scheiß Lügen-Schafe. Man sieht und hört nichts, fick dich ins Knie, du Wichser. Boah! Fickt euch mit eurem verfickten Regenbogen-Schafe und lernt mal einen neuen Text, Alter. Das ist immer die gleiche Kindergarten-Scheiß, Alter, Alter. Eier ver-Wichsen und kommt in der Realität an, ihr stieß, Alter. Oh, der verkackte Wichser, Alter, der hat keine Eier in der Hose und hat keinen Verstand im Kopf. Und jetzt sterbt in der Hölle, ihr Assis, Alter. Scheiß Regenbogen-Wichser. Und das war heute mal der echte Rutsch. Und ich heute echt wieder stock-sauer bin, Alter. Ohne Scheiß, Alter, mach den verfickten Low-Level an, Alter. Ich kann ihn einfach nicht selber anmachen, weil ich kein verficktes iPhone hab, Alter. Ändert jetzt endlich mal an der Scheiß-App, Alter. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Erzähler fast am halben Jahr Scheiße, immer noch am Laufen, ey. Und diese verfickten Spassiker, die kein eigenes Leben haben und nur ihre Dummheit zur Schau stellen wollen, die kommen hierher und machen Scheiße, ohne Mist. Bitte hör auf zu beleidigen. Dann hört endlich auf mit eurem Mist, ey. Ich will den Low-Level-Shit immer anhaben, weil ich hab keinen Bock mehr auf diesen Mist. Und ich will ihn von meiner App aus steuern können. Und ich hab kein iPhone, also will ich ihn auch von meinem iPhone steuern können. Das kann er von meinem Handy steuern können. Das kann doch nicht sein. Das ist seit Mai, Juni, Juli ist das so. Und jedes Mal, und jetzt bin ich kurz versehentlich auf den X-Button gekommen, ich krieg nicht einmal eine Meldung, sorry, du kannst nicht aus dem Stream raus. Ich hab nicht einmal eine Meldung bekommen, sorry, du bist gerade im Stream, wenn du jetzt aus, wenn du jetzt selber weggehst, dann fliegst du. Wenn ich jetzt auf irgendeinen anderen drücke, auf Braui oder so, dann heißt, du kannst hier nicht weg, du bist im Stream. Ja. Ist okay, aber warum passiert das nicht, wenn ich auf meinen X-Button oben drücke? Das war versehen. Weil ich wohl eine andere Seite schließen, hab nicht gesehen, dass ich mit dem falschen Tab bin auf dem X und hab draufgedrückt. Kann doch nicht sein, dass ich von meiner Scheiß, von meinem Scheiß-Handy aus, diese App nicht steuern kann. Dass ich nicht sagen kann, ey, ich will den Low-Level haben. Jeder andere kann das, nur ich kann das nicht. Warum nicht? Jetzt bin ich schon Partner und hab trotzdem die Scheiße mit den ganzen Hatern jedes Mal auf der Packe. Hier, dieser verfickte Kackwixerer, dieser reiner Gibaru, den hab ich schon hundertmal heute geblockt. Der ist immer noch da. Warum ist der noch da? Warum, wenn ich jemanden blocke, erwarte ich, dass der geblockt bleibt? Und das ist schon, das ist nicht erst seit gestern so, das ist schon seit Anfang des Jahres, seit Mitte des Jahres schon so. Immer wieder ist das die gleiche Kindergarten-Scheiße, die ich immer wieder zu den Moderatoren sag, weswegen ich schon hundertmal einen Supporter angeschrieben habe, die was zu sagen haben. Und alles, wenn nötig, was zu ändern. Ohne Mist, Alter, das ist jedes Mal der gleiche Scheißdreck. Boah, beruhig dich, ich beruhig mich, wenn es sich endlich mal ändert, Alter. Bin sogar schon geblockt worden, aus nichts und wieder nichts bin ich gelöscht worden. War damals schon auf über 45 oder 40 im Level. Ich hab den Account nie wiedergesehen. Hab sogar Support, alles hab ich angeschrieben. Da ist er schon wieder, Alter. Moderator, könnt ihr denen jetzt nicht mal einen Arsch zurückgeben, dass der verdammte Wichser sich verpisst? Und ich fluche jetzt so lang rum, bis der endlich mal verschwindet und endlich geblockt bleibt, ey. Kann doch nicht wahr sein, ey. Und das ist nicht der Einzige, das passiert immer wieder. Ich hau Leute raus und die kommen wieder rein. Das kann nicht sein. Wenn ich jemanden blocke, erwarte ich, dass der geblockt ist und bleibt. Und zwar für den Rest seines Lebens. Wurde ich dir ein iPhone. Ich werd mir jetzt ein iPhone holen, weil ich hier auf YouNow stream. Hast du ja wohl in der M*** alle Kassen im Stang? Ey, ohne Scheiß, der Spastiker ist schon wieder da. Das kann doch nicht sein. Moderator, bist du noch da? Kannst du den Typen mal raushauen, bitte? Und mir mal eine Info geben, eine Antwort geben? Rainer Vater lebt. Rainers Vater lebt. Ja, du Wichser, Alter. Ich geb dir den, mein Vater lebt, Alter. Wenn mein Vater noch leben würde, würde ich dir so Schellen geben, dass du in 20 Jahren noch stirbst, Alter. Du stirbst 20 Jahre lang. Ganz langsam und qualvoll und schmerzhaft. Ach ja, und Moderator, was mich mal interessieren würde. Das Schaf hat einen Scheiß von wegen 300 Zuschauer. Fick dich ins Knie. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Moderator, bist du noch da? Ich würd dich mal was fragen. Bist du noch da, Moderator? Ich würd dich mal was fragen. Und ich hätt ja auch keine Antwort darauf. Es wurde nicht jemand geblockt, wo ich mir hin denke, das kann nicht sein. Die Typen hier werden hier geblockt und die kommen trotzdem immer wieder und immer wieder rein. Und dann blockt ihr jemanden, der hier seit längerer Zeit streamt, der hier ein relativ hohes, verhältnismäßig hohes Level hat. Und die Person blockt ihr und die kommt nicht wieder rein. Das kann nicht wahr sein, oder? Moderator, bist du noch da? Hat sich schon wieder verpisst anscheinend. Ey, ohne Scheiß. Die Moderatoren auf der Seite kannst du echt in die Tonne treten, Alter. Ohne Mist. Kann man echt in die Tonne treten, ohne Scheiß, Alter. Ist jetzt noch ein Moderator da? Und wenn ja, dann schreib mir hier oben mal bitte rein, dass du noch da bist. Und dann hör mir mal zu, was ich dir zu sagen hab. Weil ich will jetzt mal wissen, warum ihr die Lena geblockt habt. Ey, ohne Scheiß, Alter. Die Mods auf der Seite sind so verdammt scheißfaul, Alter. Und sind immer irgendwo anders. Ich bin jetzt mittlerweile Partner. Ich will jetzt echt nicht sagen, ich bin was Besseres. Aber kann man nicht erwarten, dass bei einem Partner mal mindestens ein Moderator beim Stream dabei ist, damit man mal mit einem Moderator quatschen kann, wenn was los ist? Wofür gibt's die Moderatoren? Ich hab mal, mein Account wurde damals gelöscht. Hab ich damals angefragt. Qua, ich hieß, das ging immer, geht immer zurück. Damals war ich schon als Partner vorgeschlagen. Ich hätte damals schon Partner werden sollen mit meinem damaligen Account. Dann wäre ich jetzt vielleicht schon 30, 80 oder sogar schon noch höher. Und so Typen wie Tarkan oder die Typen, die so einen Scheiß abziehen, was Tausende hier auf YouNow gibt, die irgendwelche Telefonstreiche machen, die bleiben da. Einen Drache sehe ich genauso. Das ist wirklich unfair. Ja, ist es auch. Ist es auch. Das ist ja der Witz dran. Und hier die Spastiker, Alter. Rainer Gebaru, Rainer ist fett und mett. Warum könnt ihr diese Spastiker einfach raushauen, dass die einfach mal geblockt sind, Alter? Warum kommen diese Wichskrüppel immer wieder? Kann doch nicht sein, dass man die immer wieder hier reinkriegt, Alter. Wenn die geblockt sind, haben die geblockt zu sein. Nicht immer wieder zu kommen. Wofür gibt es hier die Moderatoren, Alter? Ich will in meinem Stream Moderatoren haben, die ich auswähle und die immer bei mir dabei sind, wenn ich streame. Die brauchen nirgendwo anders Rechte haben. Nirgendwo auf der Seite. Nur bei mir im Stream. In meinem Fenster, in meinem Stream. In meinem Chat haben die die Rechte. Wo sie andere Skrüppel wie diesen Wichser, Rudi war schwul, raushauen, dass der einfach nicht selbst. Das ist seit zwei Jahren, das ist seit... Das ist seit... Moment, was ist denn das? Zwo, vier, fünf, sechs, sieben... Seit acht, neun Monaten ist es jetzt schon bekannt. Seit mehr als einem halben Jahr. Okay. Männer, komm her. Bam, Alter. Voll aufs Maul, Alter. Kannst gerne eine aufs... die Fresse haben. Komm her, besuch mich, Alter. Klingel. Komm her, du frickst, Kribbel, Alter. Ich fritz dir so eine aufs Maul, dass du es in zehn Jahren noch spürst, Alter. Und ich sage, verfreckt. Das ist ein Wichsblock, Alter. Das trauen sich die Hater nicht. Klar, net, weil es ein Haufen kleiner Wichskind-Gribbel sind, Alter. Die nicht mal die Eier in der Hose hätten, wenn man ihnen fünf Stück schenken würde. Noch einmal, ein letztes Mal. Die Kamera ist an. Denn ich habe Bild. Nur ihr net. Es ist nicht net an mir, sondern auch. Ich habe Bild. Ich sehe alles, was ich mache. Ich sehe, dass ich mein Hand gerade bewege. Und ich sehe, dass ich mein Mund bewege. Ich sehe mich. Nur ihr seht mich net. Ich weiß ja, was es ist. Es ist ein Übertragungsfehler von Juno. Dann beschwert euch bei Juno. Geht zu Juno zum Support und beschwert euch, dass ich nie ein Bild habe. Ich kann nämlich nichts machen. Es liegt nicht an mir. Zu dumm zum Einstellen. Fick dich ins Knie, Alter. Ich habe die gleiche Einstellung wie immer, du Spacken. Wenn du zu dumm bist zum Einstellen, dann kann ich nichts dafür. Und jetzt verreck in der Hölle, Alter. Ohne Scheiß. Scheiß Leute da immer. Es liegt an dir. Ja klar, weil alles an mir liegt. Dass die Hater dumm sind, liegt an mir. Dass die Hater scheiße labern, liegt an mir. Und dass du dumm bist, liegt auch an mir. YouTube. Juno. Ohne Scheiß. Juno. Krieg mal deine Seite auf die Reihe, Alter. Das ist genau das, was ich meine. Wenn meine Kamera nicht funktionieren würde, dann würde ja mein Thumbnail auch nicht funktionieren. Genau das ist es, was ich gemeint habe. Warum ist das Bild schwarz? Weil du hässlich bist. Deswegen. Ich werde mir ein iPhone kaufen, wenn die Hölle zugefriert und Schweine fliegen können. Und dazu gleichzeitig der Himmel voll in Flammen steht. Und das alles am selben Tag. Dann mache ich das. Dann kaufe ich mir ein iPhone. Das kann nicht an mir liegen. Wenn es an mir liegen würde, hätte ich noch nie ein Bild gehabt. Aber das kann nicht an mir liegen. Das liegt irgendwie an der Seite selbst. Keine Ahnung warum. Ich werde erstmal selber partner, bevor du mich hier kritisierst, du Spacken. Was heißt die 88 zur Zeit eigentlich? Anstatt Heil Hitler, wie es früher geheißen hat, heißt es anscheinend, ähm, Moment, Hater raus oder, nee, Haterherz oder Herz für Hater oder sowas wahrscheinlich, ja? Frag doch mal einen Moderator. Dann schau doch mal, ob ein Moderator hier ist. Die faulen Säcke sind ja auch nie da, Alter. Und reich, ich will überhaupt nicht reich werden, Alter. Ich will nur genug Kohle verdienen, um meine Frau und meine Kinder, die ich hoffentlich irgendwann haben werde, zu ernähren. Mehr wollte ich nie. Ich wollte nie reich sein. Weißt du was? Reporte dich mal selber dafür, dass du meine Namen verwendest, du. Geh, Rainer, gib mal Ruhe. Gib lieber mal selber Ruhe und halt die Fresse und bleib mal gebannt, wenn ich dich banne, Alter. Check das doch mal. Ich sehe mich. Ich sehe alles, was ich mache. Ich sehe, dass ich gerade mit den Händen rupfüchtle. Ich sehe, dass mein Mund sich bewegt. Ich sehe alles. Ich sehe nur noch, nur ihr seht mich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ohne Scheiß, Alter. Ich habe in letzter Zeit echt das Gefühl, dass Junau mich komplett verarschen will. Du Pisse, Alter. Ich habe Bild. Ich sehe. Meine Kamera ist an. Meine Kamera leuchtet. Ich habe Bild. Nur ihr habt kein Bild. Das liegt nicht an mir, sondern an Junau. Junau lässt das Bild nicht weiterlaufen und hört auf, mich zu verhandeln und zu ziehen, wenn ich überhaupt nichts gemacht habe. Immer als Bruder, der ohne Scheißbrot kann scheißen. Was könnt ihr? Weil ich sehe mich ja auch. Wenn ich die Kamera aushälte, dann würde ich mich ja selber nicht sehen. Hört auf zu schreiben und kluge Ratschläge zu geben, die dumm sind. mich tun, Vielen Dank.